Oh, Snoopyli Cat. Ich will nicht. Ach ja, stimmt. Das war ja die letzte Attacke da. Na okay, gut. Äh, Verteidigung. Ah, es reicht nicht. Komm, Fuggeiser, das packst du. Ah, das wird knapp. Das wird ganz knapp. Scheiße. Äh, okay, gut. Dann darf Aiko ran. Mann. Scheiße. Du hättest ruhig mal Zahltag machen können. Da hätten wir wenigstens noch ein bisschen mehr Geld bekommen. Oh, Gold Duck. Äh, das war doch ein Enteron. Ja. Haben wir tatsächlich auch noch nicht gesehen. Ah, super. Ach, komm schon, Aiko. Könntest ruhig mal in den Volltreffer landen. So, Level 39. Yeah. Na. Ich gehe mal davon aus, dass sich, äh, Caputo wirklich mit Level 40 entwickelt. Oh, Gott, ne. Tasche. Äh, V2, Revive. Das benutzen wir mal. Äh, Free Chaser. Ja, also wirklich viel kann man hier auch gar nicht mehr sagen. Du hast nur ein einziges dabei. Okay. Mr. Mime. Was sagst du denn zum, äh, Shadow Punch? Ja. Rollenspiel. Soll egal sein. Hauen wir einfach weg. Ja, sehr viel gibt es nicht zu sagen. Wir müssen einfach nur hier die Siegesstraße durchkloppen. In Hoffnung, dass wir das auch, äh, schaffen. Wir haben leider nicht unsere, ja, unser komplettes, äh, ja, Liga-Team dabei. Was ein bisschen schade ist. Oh, oh nichts. Hallöchen. Aber dich brauchen wir nicht. Dich haben wir schon. Und wir sollten mal, ja, Free Chaser von der ersten Position wegbringen. Da ist mir die Wahrscheinlichkeit, dass uns wilde Moemon begegnen, leider noch ein bisschen zu hoch. So, hier haben wir auch noch einen. Den hauen wir einfach weg. Boah, fünf Stück. Ernsthaft? Jawoll. Boah, Elektro. Ne, komm, da bleibt schon nochmal drin. Was machen wir denn gegen dich? Erstmal verwirren. Okay, und jetzt hauen wir es mit einer Hydro-Pumpe weg. Komm, hau dich selbst. Ach, Mist. Natürlich sind wir paralysiert. Oh, das ist schlecht. Na, komm, wird es reichen. Bitte. Ah, verdammt. Boah, komm. Na, Hypertrank. Ich kann nicht vernünftig kämpfen. Ich muss Hypertränke nehmen. Oh, gut, dass man bei den Online-Kämpfen keine Tränke benutzen kann. Danke. Ah, Sandama. Ja, da könnten wir eigentlich nur mit dem Surfer entgegenhauen. Aber ich bin tatsächlich begeistert von Chirno. Noch nicht ein einziges Mal paralysiert gewesen. Ja, wundert mich ein bisschen. Normalerweise habe ich immer das Glück, wenn eins meiner Pokémon paralysiert ist, dass ich fünf, sechs Runden hintereinander nicht angreifen kann. Aber wir haben tatsächlich Glück. So. Was machen wir jetzt mit dir? Das ist jetzt richtiges Risiko, was ich eingehe. Ja, natürlich trifft er wieder. War ja klar. Ja, komm, wir machen mal was ganz Verrücktes. Caputo darf mal ran. Äh, was kannst du eigentlich? Wir probieren einfach mal aus. Ja, super. Okay, nicht sehr effektiv. Was machst du denn zu Biss? Kann sich sehen lassen. Boah. Oh, das ist gut. Akani. Akani. Ja, natürlich. Ah, es reicht nicht. Wir müssen wechseln. Na, komm. Fui, Chaser. Do it. Ah, komm. Ich weiß, dass du schneller bist. Boah, ganz schlecht. Ah, das ist gar nicht gut. Äh, Giorno. Das musst du regeln. Jawohl. Na, endlich. Na, hallo. Wer bist denn du? So, was machen wir da? Nein. Ja. Oh, Topbeleber. Okay. Moment, wir hatten doch irgendwas gefunden. Äh, Full Heal oder irgendwie sowas. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Okay. Dann brauchen wir noch... Ja, komm, wo... Wo sind denn hier die Topbeleber? Boah, ich hätte eigentlich mal so ein bisschen, äh... Ich hätte eigentlich mal so ein bisschen aufräumen müssen. Na, scheiß drauf. TM50. TM50. Okay. So, hier müssen wir einen Felsen reinbringen. Okay. Das ist ja einfach. Das ist der hier oben, denke ich. So, wir hatten aber noch irgendwo anders Augenfelsen gehabt. Ach, da, kommen wir da irgendwie hin? So, erstmal den normalen Schutz, äh, noch benutzen. So, na komm, das machen wir mal hier ein bisschen im Schnelldurchlauf. So, wo musst du denn genau hin? So, runter. Okay. Eigentlich müssten wir kämpfen. Aber irgendwie habe ich ein bisschen Sorge um Chirno. So, so, Item, das nehmen wir jetzt mal weg und Trattini bekommt das. Okay. Boah. Na, nein, nicht, 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 äh, Pokémon hier, ähm. Komm, wo haben wir es? Da. Okay. Ja, wir möchten stärker einsetzen. Boah, das geht mir so auf die Nerven hier auf der Siegesstraße. Oh, wir haben keinen Schutz mehr. Nehmen wir einen neuen. Achso, das war hier, okay. Ah, hier ist der Doppelkampf. Wobei, Moment, was haben wir denn im Doppelkampf so entgegenzusetzen? Nicht wirklich viel. Ah, hier mü- What? Okay. Indigo-Plateau. Yay! Wir haben es geschafft. Wir sind... Wir sind endlich da. Oh Gott, danke. Puh, ach, das war ziemlich intensiv. So, jetzt machen wir mal hier das, was ich eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte. Wir gehen erstmal auf Builds PC. So, dann legen wir ab. Putops kann weg, das ist fertig. So, Trattini, Nidoking. Ah, ich weiß gar nicht, brauchen wir das im Kraftwerk? Nein. Das heißt, das kommt hier hin. Nein, wir wollen nicht weiterarbeiten. Wir nehmen mit. Und zwar... Zuruhr kommt mit, dann... Ja, wo haben wir eigentlich unsere anderen? Hehe. We� ... Wir gehen.